Freunde Willkommen zurück zu Pokémon Schwert hier auf dem Channel. Wir machen weiter, mal gucken was passiert mit Dillion und so. Ich bin gespannt. Let's go! Da ist Dillion, der Champ all time. Spürst du das? Legen wir los, Dillion. Klurok ist ein Witz, dein Vieh. Moment mal, was zum Da, 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 da auf dem Bildschirm Seht nur Was ist das? Hallo Dillion und Tordine Was, der hat die Finsternaut eingeleitet? Ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab? Ach du Scheiße Als wäre Dillion jetzt der Übeltäter Was passiert jetzt? Dillion, Tordine Ja, was hat was getan? Dillion, du wirst es Ich muss sofort nach Klaus für die Da ist meine Pflicht als Champ Es ist Champ Time Hey, warte Dillion, du, du, du wie, du wei Ich helfe natürlich allen Warte natürlich, ist ja klar Genau, in Ancient City Deswegen können wir die Helden der Schild und Schmerzgesager Schon mal bald, denke ich Bingo Wo müssen wir jetzt hin? Da ist Olivia Was macht ihr denn hier? Dillion, Tordine Habe Nee, ich hab's nicht sausen lassen Was sagen sie da? Ist das wahr? Was wieder abgeht, ey Ich wollte euch nur Champ werden Die finstere Nacht Ein heilloses Durcheinander Sag ich dir Ach du Scheiße Wir suchen nach diesen Schwert-Pokémon Wir suchen nach diesen Schwert-Pokémon Drei toppe Lieber, danke schön Drei toppe Lieber, danke schön Ich will schon mal bald gucken Nach den Schwert-Pokémon Ja, hier waren wir in Folge 2 Das war episch hier, geil, geil, geil Keiner Kampf Nein, was kommt? Das war schon noch gar nicht gesehen hier Wir müssen durch den Lebel durch ein smockmark hier hier blinkt was jetzt die frage wo es lang 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 geht hier nebelsamen ein wildes medbo holle 46 ist schon mal gut Da hinten war da nur irgendein Pokéball dort. Alter, das ist ja immer übelster Irrgarten hier. Elixier. Phantomkraft. Hier hinten waren wir noch gar nicht, gell? Überhaupt nicht. Da ist Hobby. Alter, jetzt siehst du gar nichts mehr. Da sind sie. Da sind die Schwert und Schild. Legendären. Jetzt sind sie nicht mehr da. Wir brauchen eure Hilfe. Los, kommt her! Ja, die waren ja als Phantom, denke ich mal da, die beiden gerade. Und Summer Center. Das fies cool. Fersche Gedanke, Sanja. Fersche Gedanke, Sanja. Das sieht fett aus. Mit der Sonne hier. Richtig geil. Hier wohnen die beiden, also denke ich mal. Der Schwert und das Schild. Aus der Legende von Ancient City. Die Legende ist also wahr. Wahrscheinlich. Du hältst ein russisches Schwert. Er nimmt das Schild klar. Die Musik ist ziemlich nice. Let's go nach Cloud City zurück. Roy ist schon da. Oh, hallo ihr zwei. Dummes Timing. Dummes Timing. Ja, wer helfe schon? Billion, kein Problem. Hopi, Hopi. Let's go. Oh, oh. Olivia ist auch wieder am Start. Hey, du musst mir helfen, Challenger. Und zwar sofort. Und? Ich äh, ich mein natürlichen. Ich äh, ich mein natürlichen. Ich bin ja voll. Ich bin ja voll. Ich bin ja voll. Nein, ich bin ja voll. Ach du scheiße, der von Pokemon hier erweckt. Das war richtig heftig noch. Energiewerk sind mir geheilt. Ja, sind wir und los geht's. Was ist hier passiert, Junge? Holy Shitty! Ah, Wars kommt. Nanu, was willst du denn hier, Challenger? Die finstere Nacht aufhalten, natürlich was sonst. Es gibt nichts mehr zum Aufhalten. Ein paar Worte zu meiner Verteidigung. Was hat dieser Ross angestellt? Let's fight! Der Kampf gegen Ross! Kamalanza! Ah! Oh, hier geht's zur Dynamex sogar. Ich brauche jetzt schleunigst Refix. Let's go! Vieländer, Junge! Mach keinen Schaden so gut wie nichts. Und Oma Thrive? Reicht nicht ganz. Fuck! Schlagbohrer! Oh, oh, oh! Si! Oh, Olanka hilf uns! Schnell! Malavant! Mit Zellenbruch, bitte. Nein! Das fiel es echt gut. Und Kniefalltrick, bitte. Und schau, mit V. Mautzinger gut. Montecabo hilft. Das schaffen wir. Mit einem Äscher. Fass waren hinten auch nur Fass. Mautzinger, das war's für dich. Was ist das für ein Vieh? Okay. Ein Äscher. Sehr effektiv. Und kaputt, danke. Bleiben wir gleich self-safe drinnen. Stromstoß, okay. Das macht gar nichts. Wir kriegen den Burn raus. Und Nitro-Lado, bitte. Safe gewonnen. Das ist sein letztes Jahr. Ja, ist es auch. Das will der Feind, ey. Deine Max, bitte. Dünner Brocken. Dünner Brocken. Unbedingt. Unbedingt. Grunde. Ich bin nicht dringend. Du bist der Boot rein. Ich bin nicht dringend. Ich bin nicht dringend. Ich bin nicht dringend. Und nicht dringend. Ich bin auch dringend. Es ist dringend. Alter, was für ein Riesen-Elefant. Der ist nice, hä? Und Dühne abrockeln. Der ist von... von Typ Stahl, oder? Alter, hat uns komplett zahndockt. Und ein MEP kommt jetzt, hä? Mit Hammer-Arm. War nett und tschüss, danke. Wir haben ihn ordentlich eingeheizt, Zitrus, hä? Danke für den Applaus, Ross. Höchst beeindruckend, lieber Tanti. Ah, Freund, das war's schon mit dem Part. Heute kleine Überlänge. Ah, durch diesen geilen Kampf... ...ist denk ich mal machbar. ... ... ... ... ... ... Bis morgen Freunde und ciao.